Hallo Leute, willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow U2 Und ja, wir haben jetzt genug Erfahrungspunkte getarbeitet, um deine erste Fähigkeit zu erwerden und zugebeten, um deinen Reisepunkt zu öffnen Ja, sag ich mal Blablabla, drück A für... Und was? Schatten? Peitsche? Ja, die schwarze Peitsche strikes back Okay, auf dieser Seite kannst du Fähigkeiten kaufen, tausche deine Erfahrungspunkte gegen Fähigkeiten, ein oder verbesserte Betrag, oder was anderes Fähigkeiten hast Na, puh, das hab ich nicht... Achso, ich kann es verbessern, oder? Oh, ich glaube... Du hast echt irgendein Scheiße... Die Hunde... Da oben... Du kannst... äh... Ich bin hier schon... Was ist das? Glodione... 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 Upgrade... Fuck you... Dafür hab ich kein Geld... Dafür hab ich kein Zeit... Okay... Drücke... Wie auf den Kurschenzucker... Ja, wir haben ja gerade den Kranken-Endboss... Und gerade davor... Den kleinen Boss da kalt gemacht... Und... Wann hab ich aufgen... Ehm... Da war jetzt... Okay... Ich muss mir da kurz merken... Damit ich hier nicht überziehe... Oder... Untertreib... Mit der Länge... Diese blaue Glanzer... Also dass du... Glanzer... Und dann werden... Bei der Vision... Vorher... Eintreten... Und... Ich glaube... Scheiße... Ich... Scheiße... Ich glaube ich zugehört... Ich... 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 Oh... Hau... He... Is... Genau... Ich... 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 Ja... Oh... Ich... 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 Dann wirst du gleich wieder raus... Darm... Ja... Dann kommt es weiter. qualso. Voll cool. Ja, genau. Braucht es hier noch viel? Zieh dich, um eine Wecker zu finden, willst du mich... Das kann... Hey, wo soll ich mich herbekommen? Zieh dich um, um etwas zu finden. Oh, da ist doch was! Kannst du eine Magiequelle zu nutzen? Geh darauf zu, nutze sie! Und deine Magie zu füllen! Okay, halte den... ... und die linken Strecke drückt. Okay! Ach so, stimmt ja! Das habe ich ja schon gemacht. Oh, yeah! Okay, ja! Ich denke mal, das reicht, oder? Hier bediene ich mich auch noch mal. Oh, ja! Ja, für mich brauche! Okay! Dann bilde dein Projekt neben der Steuern kurz. Wo sehe ich denn hin? Oh, da oben! Okay! Ich verstehe! Die Symbolik ist mir etwas zu klein auf dem Spanien. Ja! Kann sie nicht als diese erkennen? Ja! 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 Doch, komm! Fledermaus! Okay, okay! Okay, okay! 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 Was? So! Jetzt verstehe ich es! Okay, dann kann ich das... Alles klar! Ich stehe echt so fällig! Aber es fehlt auch bestimmt gleich der Punkt, oder? Pads, glaube ich! So! Dann kommt wieder was her! Cool! Das ist äh... Das ist äh... Ja! Kaputt den Schein! Einfach in Raum! Oder mit! Hier auf das Reliktionsarm aufzunehmen! Ja! Ja! Check it! Check it! Heiligentraining! Mit dem Heiligentraining kannst du dran was Gesundheit komplett wieder herstellen! Und Zeit, weil ich... Oh Gott! Ich krieg grad Herzzeitzeit und Zeit! Weil ich seine maximale Gesundheit zu erhöhen! Halte! Ja! Was heißt das? Halte, ne? Haltestellkreuz! Unten gedrückt! Um das Relikt in dich aufzurufen! Unwede! Das Relikt mit dem rechten Stick aktivierest! Und du erratiert bist! Okay! 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 Wack der Spot! Yeah! Es ist ja noch vorne! So nice! Ja ich will jetzt mal mit ihm! Ich muss da bestimmt was. Egal. Wie besteht das Spiel hier eigentlich aus Spectrum-Tracking, wie es im Castle ja üblich ist? Auch in Hero of Hades. Mal der Fall, die es nicht sagen sind, wie wir uns das nicht erwarten. Aber wir kämpfen auf Hero Capital. Ja. Also was? Die Musik ist schön. Die ist so harmonisch. Jetzt muss ich sagen, dass sie weg sind. Jetzt kommt vielleicht wieder einer und reißen wir den Arsch auf. Nein, ich will... Genau. Oh Gott, da wollte ich gar nicht hoch. Oh ja, okay. Nehme ich Hero. Wie das da angeht sind die Texturen nicht so geil, muss man sagen. Mirror of Hades. Glänz mit hervorragenden Grafen. Das glänzt wirklich. Das glänzt wirklich. Das glänzt wirklich. Das glänzt wirklich. Okay, also von daher sieht der Spiel nicht so gut aus. Aber im Großbritanns. Kann ich mich nicht beschweren? Ich finde von Gott von 10. Ganz in Ordnung wie gefällt es. Ich bin nicht so gut aus. Ich bin nicht so gut aus. Ich bin nicht so gut aus. Das ist so gut. Stop! Mein König! Meine... meine... meine Brains! Wir werden alle jemanden, die versucht, dich wegzunehmen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, wie ist das? Okay. Was ist das? Ja, jetzt auf einmal! Oh Gott. Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße, ich will Kachemir und Hübschinnon. Und jetzt haben wir den Controller ausgedrückt. Scheiße, Mann. Das ist ja so schön. Die Kontrolle ist schon wieder verändern. Kachem! Flucht und ich habe schon... Jetzt muss ich halt, dass wir die Kontrolle wieder aufhören. Oh! Oh! Ich habe mich gerade... Jetzt geht der... Oh Leute, nur ich werde wirklich... Der Controller auf mich nicht. Die ganze Zeit bin ich auf. Die ganze Zeit bin ich auf. Die ganze Zeit bin ich auf. Nein! Die Schwung, wie er war. Ich hätte mir gerade den Engel holen können. Ich werde mich nicht auf. Alter, dieser Blödsinn! Oh, ja. Ich werde mich auf. Vater! Ich werde mich auf. Vater! Oh Mann! Mann! Ich... Wer... Kauf dich gleich, du scheiße Ding! Ich werde mich auf. Du... Du... ich... Fressen... Bämmer. Ich krieche gleich richtig einen zu viel. Alter. Das geht mir gerade richtig gegen den Strich. Meine Fresse, Mann. Was ist das? Er ist jetzt in der Tür. Der wird alles vor der Tür. Und der Drucker zieht. Und der Boden ist in der Tür. Glocken! Komm her! Er kommt! Das ist die Tür. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Das steht daswalk, das Dean kommt! Die Tür ist da! Das steht in der Tür. truc transportation auf der Tür. Das ist die Tür da! Das ist die Tür da zu sagen. Der Drucker ist der Tür. Alles klar! fols wollte heo! Wie war das? Wie waren das nun mal gemeint mit dem... Jetzt gibt es nicht... Ja, das war ein Tackle. Wie war das denn? Ja, das war ein Tackle. Ich bin ein Tackle. Ich bin ein Tackle. Ich habe doch gehabt, man! Ich habe die Stadel irgendwie aktiviert, aber ich weiß überhaupt nicht wie... Äh... Das ist echt ein Schuss, ja... So... Ich denke, es sind viele... Geht doch... Das ist echt schwer, krass. Oh, ne, jacke, Alter, das ist verfachtig. Da hatte ich noch aufgegeben, wenn ich die Kontrolle hau. Sohn, ich habe keine Chance. Ja, du hast. Take this. Use it, und ich werde kommen. Ist das wirklich wahr? Ich bin nur ein Traum. Da ist auch immer alles ein Traum. Ja, immer tief in die. Amulett, weißer Wolf. Es gibt nichts stärkeres als die Liebe eines Vaters für seinen Sohn. Und sogar Traum, dass durch seine qualvolle Erinnerung dazu fehlte Samulett, ist nichts weiter als die Verkörperung dieser Erinnerung. Und es entsteht durch eine tiefe Erinnerung, die mit seinem Erstgeborenen verbindelt wird. Von der Reue gehäselt, dass er eben sein Verhängnisvoll Schicksal auferlegt hat. Der Weiße Wolf ist ein Symbol, seine Konstante zwischen den Quälen und die Führung auf dem Weg. Von der Gegenwart in die Vergangenheit, wo er seine Spuren hinterlassen hat, kann er erneut. Und wo es seine Spuren hinterlassen hat, kann er erneut. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Also haben wir ein Abendet. Du musst uns daran erinnern, dass wir noch einen Sohn haben. Hey. Okay, das hat die Idee. Jetzt passiert das. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt ein Wolf, vielleicht. Das ist ja cool. Das kommt ein Wolf. Wolf! Sohn! Hörst du das? Mein Sohn! Ja. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, so ein Scheiß-Controller kriege ich auf dem Fenster, Mann. Für die nächste Aufnahme nehme ich definitiv den anderen Controller jetzt. Der hat noch nicht so eine kranken Macken. Das geht ja schon wieder gar nicht mehr an. Ich muss doch irgendwo durch den Opa sein. Irgendwo hier da. Ah, genau. Genau. Ich hab das bloß nicht. Hier. Oh, ich hab das. Oh, ich hab das. Und jetzt nicht mehr. Ich hab das. Oh, ich hab das! Oh, ich hab das. Ich hab das. We can't exist without you. We can't exist without you. Where do you think you're going? You're of us. You're of us. Where do we take it? We won't make it. Don't leave us, my prince. Don't go. This is your home. We are our children. I'm back in the real world. I feel great, I feel great, I'm great. I feel great, I feel good. Das ist ein Portal, was ich rufen kann und dann wieder zurück in die Dämonen und Helden. Oh ja. Jetzt hab ich das gestehen. Ich denke mal. Das ist nicht dein Leben. Das ist nicht dein Leben. Ich will der Person reisen. 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 Sie sind mir wiedergefallen. Ich will der Person reisen. Wie? 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 Wann ich weiß? Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, okay. Einschränk, die da. Die sind uns. Was ist das? Wo ist es? Was ist das? Okay. Ich weiß, dass er schon mal selbst auskommt. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kann ich mich vielleicht irgendwie ducken oder so? Ich weiß nicht. Wer lesen soll denn, wer das alles hier jetzt total erspart verlesen. Ja, ne? Dann bist du beruflich. Razz attack! Razz attack! Meine scheiß Armee. Oh, das ist doch los geht's. Nah, nah, nah. Oh, oh. Wee! Ich habe ihn, was du? Oh. Ah, und dann bin ich. Ist das okay. Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Bitte was? Ich muss sie balancieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Ratte ist... Oh Gott. Oh Gott. Ich muss sie balancieren. Die beste Balanzierung war damit zu sein. Das ist nicht vorschul. Das ist nicht vieler. Das ist nicht viel zu sein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Liebe denn hier ist das nicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich wieder verstecken. Kann ich nicht gleich mehr ranbleiben? Ich hätte mich gar nicht erwarten müssen. Genau deswegen, Alter. Und wie war das? Ich muss pfeifen, ich muss ihn anlocken und dann muss ich... Ich war nicht noch mal... Siehst du, ich habe die Löffel vergessen. Offenbar. Kevin war der Idiot. Ich glaube, ich war ja ein Schleichbrunst. Ach, hier war es. Das war jetzt nicht die feine englische Art. Aber ist mir scheißegal, Alter. Das ist mir scheißegal. Jetzt. Das war es. End Ass sie neu. Ent schlimm? Der hätte ich ja eigentlich gar nicht... Scheiße. Ah, hell. Ich hab ja nicht da rumgesprungen. Wie? Wieso macht die das jetzt? Gott, ich hasse Strom. Weil, was ich verstehe für die. Okay, jetzt hab ich die Tür auf. Wir brauchen eine Technik. Hat eine Fronttechnik. Wir brauchen eine Technik. Aber wir haben den Job. Ich hab das. So. So, jetzt sind wir so schnell wie jeder Techniker vor Ort. Ne, das wäre ein Traum. Weil der Techniker braucht drei Tage, um erstmal überhaupt ein Plan zu holen. So ist ein neuer Charakter der Teil freigeschöpft. Yeah. Ja. Was ist jetzt mein Ziel? Ich hab die ja nicht gelesen. Das war... Ich bin mir ziemlich dumm von mir. Wie zum... Ich krieg solche Welten. Ah, ich glaube ich soll euch wieder abladen. Und dann... Soll ich mich wieder zum Waffen streichen. Oder wie Pfeife. Ich... Ich bin... Man kann aber auch ein paar Ursachen auch von sich machen. Ich kann nur einfach so... Das liegt daran. Okay... Was seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ahh... Wo seid ihr? Sorry kann das jemand squ偉. Ja... La allocated um nur comforts mich los. Also lo vale. Das ist nicht. Ich tue es schon wieder. Ich blicke hier, überhaupt kann ich hier noch gar nicht anfangen. Das ist nett. Wo, was, wie muss ich jetzt machen, damit ich hier weiterfahre? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ehrlich, ich hab kein kleines... Das Einzige, was ich noch wüsste, ist, dass ich vielleicht irgendwo klettern kann. Aber... Ich hab keine Ahnung. Das macht mich fertig. Irgendwo klettern. Sag mal, ich kann die doch... Ich bin auch nicht. Ich bin... Ich bin ich hier. Ich bin ich hier. Da ist nicht. Ich bin ich hier. Das ist, was ich hier. Oh, das im Einsatz flatten kann. Die Band, Beratier, wir müssen es. Stop, es ist nicht mehr brief. Und da wird er wieder flach. Wenn er zurück geht, verwandle ich mich jetzt ganz schnell zurück. Ganz schnell, damit ich ihn vielleicht mit dem Fehamus verarmend ablehnen kann. Oder ob nicht. Jo. Dafür habe ich über lange gebraucht. Ich muss da ran. Ich muss da ran. Ich bin total unauffällig. Ich bin total unauffällig. Guck mal, wir sind ein bisschen ruhig durch. Oh Gott, schnell. Schnell bevor was anfällt. Ganz normal. Gehört dazu. Oh, so. So. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe hier gerade nicht richtig ruhig gefühlt. Ich habe es gemerkt, es hat mich noch ein bisschen belastet gerade. Ja, ich muss erstmal wieder reingehen. Ich muss noch einen Film mehr befassen noch. Das werde ich auch tun die nächsten Tage, damit ich hier auch kein besseres Game Quest absehen kann als... Ja, das was da eben gerade war, das war nicht so cool. Stay where you are. Something's wrong here. They are synthesizing a substance, a gas. They plan to release it into the atmosphere to infect the people. Tonight. There's something else. There is someone special here. Different from the others. Very, very powerful. I'm being censored. I'm going to retreat. Be careful, be careful. I'm going to roof you. My God, she's gone mad... We can't escape! We can't escape! Don't breathe the gas! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I would say that was of this episode We have fuller Zungen This is super long Extra Trailer inzwischen Because it was really funny I have to go back I have to understand the logic I have to understand what I can do And how to build a video So that's what I can do I thank you for watching And I wish you all of a nice day And if you want to subscribe You can do a like or comment How you find it Or whatever That's the whole thing I'm Raus And I'll see you next time Bye! Bye! Bye!